Hi, ich bin es wieder, Andreas Kranz und ich habe dieses Bild hier auf Facebook gepostet. Ich war nämlich am Samstag in Mainz unterwegs, habe meine Kamera dabei gehabt, wollte ein bisschen testen, denn ich habe ja eine neue Kamera, die Sony Alpha 7 R2 und naja, wenn man so ein Schweinegeld für eine Kamera ausgibt, dann will man wissen, was kann das Ding. Das Wetter war arg bescheiden, denn ich habe auf Facebook auch das Original gepostet. So kam es aus der Kamera. Ihr seht schon, Mainz, da scheint nicht immer die Sonne, auch wenn es einige Mainzer geschrieben haben. Nun, dennoch will man ein solches Bild natürlich nicht in sein Album kleben. Man will auch ein Schlechtwitterbild irgendwie sich schönreden und das geht in Lightroom. Das Ergebnis ist das, ihr und ihr habt mir alle geschrieben, Andreas, zeig doch mal in einem Video, wie du das gemacht hast. Das ist keine große Kunst, ist nur ein wenig Lightroom. Wie das Ganze vonstatten geht, zeige ich euch jetzt. Das Ergebnis ist das, ihr und ihr habt, ihr habt, ihr habt, ihr habt, ihr habt, ihr habt, ihr habt. Ja, da ist es nun das Bild. Traurig und bescheiden bei schlechtem Wetter in Mainz hier. Ich bin einfach ziemlich nah an den Boden gegangen, habe nach oben fotografiert. Das Ganze mit einem Canon 16-35, ein Weitwinkel im Vollformat auf 16 Millimeter. Man sieht schon, das Ding ist sehr weitwinklig, schon ein bisschen verzerrt, aber eine ganz coole Aufnahme, wie ich finde. Nur eben so tatsächlich nicht. Was ich auch habe, sind Blendenflecken der besonderen Art, nämlich Sonnenblendenflecken. Das Ding saß schlicht schief auf dem Objektiv mit dem Ergebnis, dass ich hier oben Sonnenblendenflecken drin habe. Hatte ich auch noch nicht, aber ich habe es auch nicht gesehen beim Fotografieren. Ich bin nicht so der Bildkontrolleur. Ich weiß nicht, ob ihr Bildkontrolleur seid. Ja, jedes Bild wird erstmal stundenlang in der Kamera betrachtet. Mache ich nicht, ich mache Bilder, achte auf die Schärfe und dann ist auch gut. Mit dem Ergebnis, ja, schaut mal, dass ich hier oben Blendenflecken drin habe, Sonnenblendenflecken. Die schneide ich mir erstmal raus. Ziemlich großzügig. Viele von euch fragen mich ja jetzt schon, Andreas, warum hast du die 7R gekauft? Und ein Ding ist, ich blende euch mal die Pixelgröße ein. Man braucht nicht 42 Megapixel. Das braucht man wirklich nicht unbedingt. Ich war auch mit meinen 24 super glücklich. Aber schaut mal, es ist so ein faules Ding, ja. Man kann, wenn man sie schon hat, kann man hier ordentlich zuschneiden. Und ich bin jetzt immer noch bei 7080 Pixel. 24 Megapixel hat man 6000 x 4000. Also, das ist so ein bisschen was für Faule, ja. Für Leute, die nicht fotografieren können wie ich, die schneiden dann einfach zu und kroppen ein bisschen. Wenn man hier so einen Schnitzer geleistet hat, dann ist das alles schon wieder gut, fertig, ja. Ist aber nicht der Hauptgrund gewesen für diese Kamera. Einer der Gründe war, der Dynamikumfang, der war auch bei meiner alten A7 schon super, ist jetzt tatsächlich nochmal einen Schluck besser geworden. Und bevor ich mir so ein Bild hier weiter anschaue, will ich immer erst wissen, was ist im Himmel. Und dazu gehe ich einfach mal in die Effekte. Im Lightroom seit CC 2015 in der Version 2 haben wir ja den Dunstentfernenregler. Und den pumpe ich mir mal auf 100% und sehe, okay, mein Himmel ist tatsächlich nicht ganz weiß. Da ist was drin, da steckt was drin. Da will ich was rausholen. Insgesamt können wir mit dem Dunstentfernenregler natürlich so nicht leben, weil mir hier die umliegenden Gebäude viel zu dunkel werden, viel zu übersättigt. Deshalb der hier wieder raus, da müssen wir gleich lokal ran. Vielleicht kann ich ein bisschen reingeben, so pauschal mal 10 Punkte Dunstentfernenregler. Nun, was ich bei einem solch verregneten Bild auch ganz gerne mal mache, ich gehe mal in die Kamerakalibrierung und da wird mir das Bild ja zunächst mal mit Adobe Standard, also dem Standard Farbprofil dargestellt. Das entspricht ungefähr kameraneutral, also wenn ich jetzt mal umschalte, tut sich nicht viel. Aber wenn ich es sommerlich lebhaft haben will und habe Landschaft, dann gehe ich schon mal auf Kamera Landscape. Und ihr seht, dass mir die Farben schon mal deutlich mehr gesättigt werden. Das ist was, was ich brauche im Sommer. Ich will strahlende Farben haben. Insgesamt sieht das Bild natürlich jetzt noch nicht dolle aus, deshalb gehen wir mal in die Grundeinstellungen und wuchsteln uns da ein bisschen durch. Ja, durch Kamera Landscape, dem Farbprofil Landscape, ist mir das Bild ein bisschen zu warm geworden. Ich will da ein ganz klein bisschen entgegenwirken. Das ist nicht viel. Ich will es auch nicht mehr machen. Ich will ja auch eine sommerliche Stimmung haben. Also hier bin ich jetzt bei 4900 in der Farbtemperatur. Die Belichtung, ja, die können wir ein bisschen annehmen. Ich fange mal mit den Tiefen und Lichtern an. Ich schraube nämlich mal die Tiefen brutal nach oben. Vielleicht nicht ganz so sehr, so auf 70, 80 rum. Und die Lichter ziehe ich mir ein wenig nach unten. Das bringt mir auch Zeichnungen nochmal im Himmel. Da müssen wir nachher dann nicht so viel mit dem Dunstentfernenregler machen. Ja, so um den Dreh. Und mit Weiß und Schwarz, das kennt ihr schon, Alltaste gedrückt halten, nutzen wir dann den kompletten Dynamikumfang aus. Schwarz entgegenwirken, perfekt. Klarheit verträgt das Bild sicher ein bisschen. Vielleicht auch Kontrast. Ich gucke mal, ob wir ein bisschen Kontrast hinzugeben. Klarheit hinzugeben. Aber durch die, ja, ich denke mal, viel brauchen wir gar nicht. Also wir haben jetzt durch das Landscape-Profil schon gute Kontraste. Dynamik gebe ich mal ein bisschen hinzu. Aber dafür gehe ich in der Sättigung was runter. Also mir sind die Gebäude hier ein bisschen zu knitschig, zu farbig. Also Sättigung dafür ein bisschen raus. Ich denke, wir kommen so schon mal in die richtige Richtung. Ja, bevor ich weitermache, will ich mich auf jeden Fall um den Kimmel hümmeln. Kimmel hümmeln, Hümmel kimmeln. Seht ihr, so kommen diese Versprecher, die ich wieder nicht rausschneide. Ich will mich um den Himmel kümmern. Und das mache ich in dem Fall am besten mit dem Korrekturpinsel. Alle anderen lokalen Filter, die würden mir hier auf die Gebäude abstrahlen. Könnte das vielleicht auch mit dem Radialfilter machen. Aber ich denke, mit dem Korrekturpinsel kommen wir am besten zurecht. Ich setze den einmal zurück. Achte darauf, dass der Fluss in dem Fall auf 100% ist. Will auch das automatische Markieren mal eingeschaltet lassen. Beim automatischen Maskieren findet ja Leitraum oder versucht es zumindest, hier Kanten zu finden. Und dann gehen wir mal mit dem Dunstentfernregler nach oben. Damit wir was sehen, ruhig, voller Kanne. Wir können das später noch nachregeln. Ja, und jetzt fahre ich mir hier einfach die Kanten lang. Ganz vorsichtig. So, und ihr seht schon, das mit dem automatischen Maskieren scheint ganz gut zu funktionieren. Denn man sieht zumindest mal nichts auf den Gebäuden. Ich gehe mir jetzt hier erstmal grob die Kanten lang. Ja, den Baum, den nehmen wir mit. So, hier hoch. Darüber. Ich mache den Pinsel einfach ein bisschen kleiner mit dem Mausrad. Schauen wir mal, was hier hinten noch so versteckt ist. Hier gehen wir auch ein bisschen rein. Ja, das war zu viel. Ja, da müssen wir nochmal zurück. Ich bimse mich jetzt einfach mal mit der Leertaste ins Bild rein. Maskiere das ein bisschen sauberer hier. So vielleicht. So, so, so. Und ihr seht schon, es gibt auch Nachteile, die meine neue Kamera hat. Nämlich die 42 Megapixel, die einerseits schön sind, wenn man Mist gebaut hat beim Fotografieren. Die wirken sich in der Arbeitsgeschwindigkeit in Lightroom doch enorm aus. Also es wird ordentlich langsamer. Ja, es ist nicht immer alles gut. Wenn es darum geht, schnell mal ein Bild zu bearbeiten, dann hat man bei 42 Megapixeln schon ordentlich zu kämpfen. Beziehungsweise der Rechner hat zu kämpfen. So, ich pinsel mir jetzt noch schnell hier den Himmel komplett blau. Könnte auch das automatische Maskieren hier jetzt mal rausnehmen. Dann geht es nicht nur schneller, sondern mir wird auch tatsächlich alles in der Mitte maskiert. Und damit haben wir schon mal einen Himmel. Der sieht natürlich jetzt total seltsam aus. Ja, oh, da unten ist nichts mehr. Mache ich einmal rückgängig. Fertig. Das heißt, das hier ist zu viel. Also zu viel Dunst entfernt. Wir gucken mal lieber, ob wir mit der Klarheit nachsteuern können. Der bringt nämlich auch ordentlich Struktur in den Himmel. Und mit Weiß und Schwarz kriegen wir auch noch einiges nachgeregelt. Wenn ich mit dem Schwarzregler nach unten gehe, dann werden mir die dunklen Bereiche dunkler. Und wir bekommen so mehr Zeichnung in den Himmel. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Was mir jetzt auffällt, sind hier überstrahlende Kanten. Und man sieht, oh, da haben wir ordentlich Chromas drin. Das heißt, ich gehe jetzt einmal kurz in die Objektivkorrekturen. Die sind abgeschaltet. Da schalte ich diese dazu. Und ich muss das Profil manuell laden. Weil Canon Objektiv an Sony Kamera, das findet der mir nicht automatisch. Da haben wir das Richtige, das 1635 2.8er errechnet. Und schaut mal, das sieht ganz ordentlich aus. Das ist okay, damit können wir leben. Ja, kurzer Vorher-Nachher-Vergleich. Shift-V. Schaut mal, das sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Was wir jetzt noch machen müssen, sind ein paar lokale Anpassungen. Ich finde, mir ist hier der Boden ein bisschen zu hell. Den machen wir dunkler, indem ich hier einfach einen Verlaufsfilter drauflege. So. Ja, so sieht das nicht schlecht aus. Oh, schaut mal, jetzt haben wir den Dunst-Entfernen-Regler hier ganz hoch. Der tut auch ganz gute Arbeit. Schaut mal, also auch Dunst-Entfernen kann man mal nutzen, um Kontrast in einen Boden zu bekommen. Das lasse ich, das gefällt mir. Wir könnten vielleicht noch ein bisschen Klarheit hinterher regeln. Ja, und damit bin ich schon fast zufrieden. Farbton vielleicht ein bisschen bläulicher. Nee, 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 nee. War okay. Können wir lassen. Vielleicht können wir eine Farbe drüberlegen. Ein bisschen ins Gelbe. Grün zu Grün zu Grün zu Grün. Ein bisschen ausprobieren das Ganze. Ganz kleinen Gelbschimmer drüber. Okay, dafür könnten wir die Farbtemperatur ein klein bisschen ins Bläuliche setzen. Ja, das bringt ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr Stimmung in das Bild. Was mir jetzt noch nicht so gefällt ist, ich finde hier hinten das Haus, das ist ein bisschen matschig. Das will ich auch noch mal ein bisschen rausholen. Ich ziehe mir jetzt einen Radialfilter auf, setze den vor allem mal zurück, sage Maske umkehren, damit sich alles, das was ich jetzt mache, um das Innere des Filters kümmere. Und da können wir ein bisschen mit der Klarheit drauf. Das ist mir so ein bisschen matschig da hinten. Dafür eine Belichtung ein bisschen runter. Ja, dass wir ein bisschen mehr Kontrast hier hinten rein bekommen. Da war mir die Kontraste ein bisschen flau. Jetzt kann man sich lokal um alle möglichen Dinge kümmern. Also man könnte sagen, hier unten, da will ich ein bisschen mehr Kontrast rein haben. Könnt ihr alles machen. Ihr nehmt euch einfach einen Korrekturpinsel, setzt den zurück. Wenn ihr hier und da ein bisschen mehr Klarheit haben wollt, dann malt euch hier einfach drüber. Macht den ein bisschen weicher. Hier unten ein bisschen mehr Klarheit rein. Vielleicht hier auch noch locker flockig drüber. Aber ihr könnt auch vielleicht noch ein bisschen Sättigung da bei dem Haus dazugeben, so wie ihr das wollt. Und arbeitet so euch durch das Bild. Neuer Korrekturpinsel. Diesmal kümmern wir uns um hier das Haus ein bisschen drüber gefahren. Vielleicht könnten wir das ein bisschen wärmer gestalten. Da muss man aufpassen. Da muss man etwas genauer arbeiten. Sonst sieht man das über die Randbereiche. Da müssen wir genauer arbeiten. Aber Klarheit. Klarheit noch ein bisschen zu. Und so weiter und so fort. Ja, da könnt ihr euch austoben. Das sind die lokalen Korrekturen. Vielleicht könnten wir auch noch einen neuen Korrekturpinsel. Ich setze den nochmal zurück. Die Belichtung ein ganz klein bisschen nach oben. Gar nicht viel. Jetzt gehe ich auch mal mit dem Fluss hier ein bisschen wieder zurück. Und mache mir hier einfach diesen Bereich einfach ein bisschen heller. Und dadurch, dass ich den Fluss zurückgesetzt habe, kann ich mehrmals drüber fahren, bis mir die 100% erreicht werden. Und ihr seht, da die Belichtung. Da ist sie. Ganz kleinen Schluck nur. Vielleicht die Tiefen ein bisschen rausholen in dem Bereich. Ja, guck mal, wie die Leute plötzlich hier zum Vorschein kommen. Sehr schön. Perfekt. Machen wir direkt noch einen. Ach, wenn wir mal gut dran sind, holen wir uns die auch noch ein bisschen raus hier. So. Lass mal schauen. Tiefen ein bisschen hochfahren. Jawohl. Und lokal hier die Belichtungen angepasst. Einfach die Tiefen ein bisschen hoch, Belichtungen ganz klein ein bisschen hoch. Da kommen euch hier die Leute mehr raus. Fertig. So weit, so gut. Was man noch machen kann. Man könnte in den HSL Graustufen noch mal ein bisschen nach Farbton, Sättigung und Luminanz von einzelnen Farbwerten schauen. Ich bin der Meinung, dass mir hier das Gelb ein bisschen zu gesättigt ist. Das kann ich einfach rausnehmen. Ihr kennt das, wenn ihr hier mit diesem Anfasser arbeitet. Einfach auf die entsprechende Farbe gehen. Ein bisschen hoch und runter fahrt mit der Maus und schon ändern sich die einzelnen Luminanzwerte. Beziehungsweise in dem Fall sind wir in der Sättigung. In der Luminanz können wir aber auch ein bisschen hier das Haus heller machen. Dadurch werden mir die Gelbbereiche einfach etwas aufgehellt. Und ja, schaut mal. Noch mal vorher, nachher. Shift-V. Ja. Der Sommer kommt. Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur Lightroom. Ja, so weit, so gut. Ein Ding noch am Schluss natürlich. Sollten wir uns noch mal um die Schärfe kümmern. Ich zoome dazu einfach mal hier in Bereiche rein, die wir uns bei 100% anschauen. Denn das Ganze verträgt noch ein bisschen Schärfe. Vielleicht so einen Wert von 70. Den Radius mache ich auf jeden Fall ein bisschen kleiner. Umso höher die Auflösung, umso kleiner der Radius, habe ich festgestellt. Maskiere mir das Ganze natürlich bei gedrückter Alt-Taste. So, damit wir wirklich nur die Bereiche schärfen, die wir auch geschärft haben wollen. Und rauschen. Rauschen ist, glaube ich, okay. Da müssen wir nichts dran machen. Ja, es rauscht ein ganz klein bisschen. Ja, gehen wir noch mal etwas rauschen, rechnen wir raus. Aber das ist jetzt auch rauschen durch die Bearbeitung. Wo haben wir das dann aufgenommen? Ja, ISO 250. Aber das ist völlig okay. So, jetzt wird mein Rechner langsam, langsam. Aber, ihr seht, mit dem Bild können wir leben. Ich mache noch mal das Bild hier groß. Das ist unser Ergebnis mit dem sommerlichen Mainz. Das hier war das vorher mit dem fiesen, verregneten, halbwinterlichen Mainz. Und ich hoffe, ihr habt wieder was dazugelernt. Gar nicht viel, was man machen muss. Überlegt euch, wenn ihr ein solches Bild seht. Ich mache noch mal vorher, wie man das angeht. Ich gucke immer mit dem Dunstentfernen-Regler. Haben wir was im Himmel? Schau dann nach den Belichtungen, dass wir das Licht schön gesetzt bekommen. Mit den lokalen Korrekturen einfach hier und da noch ein paar Dinge aufhellen. Die Tiefen ein bisschen rausholen. Und ja, schaut mal. Und schon haben wir Sommer in den Winter gebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr noch was wissen wollt. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.